Hallo Leute, herzlich willkommen zum neunten Tag der Kalender Serie hier auf dem Kanal. Heute werden wir den neunten Tag aufmachen. Ja, lass uns mal beginnen. Hier sollte mal wieder nichts sein. Ich sehe hier nur große Zahlen. Wie den 23. Hier war der 8. Das war gestern. Der 10. Der 11. Der 7. Und der 9. Das ist noch ein eingepacktes Ding, wenn es wieder so ein Bambus-Teil da ist. Ich meinte natürlich, guck. Was ist das? Wir gehen mal nach unten. Was ist das? Ich habe absolut keine Ahnung was ich zeige. Aber wir können es mal aufmachen. Ah, hier ist auch einfach Schluss. Vorbittlich. Ich wusste einfach, dass es eine Anspitze ist. Ich habe nie eine Anspitze bekommen. Ok. Ich hatte es mir irgendwie schon gedacht. Ok. Aber was hat diese Verpackung hier auf sich? Ein Born over the World Schriftzeichen. Schriftzug freundlich. Ich habe echt keine Ahnung. Jetzt ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, das war's. Das war's für heute Video. Ciao, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.